Durch Julians Worte. Amen. Ich lese aus dem sechsten Kapitel des Johannes-Evangeliums die Verse 22 bis 40. Johannes 6, 22 bis 40. Die Volksmenge, die am anderen Ufer geblieben war, erinnerte sich am nächsten Tag, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte. Die Leute wussten, dass Jesus nicht ins Boot gestiegen war und seine Jünger ohne ihn abgefahren waren. Es legten aber andere Boote, die von Tiberias kamen, nahe bei dem Ort an, wo der Herr das Dankgebet gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Als die Leute nun sahen, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote. Sie fuhren nach Kafarnaum und wollten Jesus dort suchen. Sie fanden ihn tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete, Amen, ich versichere euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunde als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Sie erwiderten, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus entgegnete, Amen, ich versichere euch. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Aber ich habe es euch bereits gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemand von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und sich an ihn halten, ewig leben. Ich werde sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Das ist Gottes Wort. Der echte Jesus ist das Brot, das Leben gibt. Die Hartnäckigkeit, mit der die Leute an Jesus dranbleiben, die finde ich echt den Hammer. Sie lassen sich einfach nicht abschütteln. Seit sie erlebt haben, dass Jesus mit nur fünf Broten und zwei Fischen tausende satt machen kann, jagen sie ihm nach. Sie wollen mehr. Sie wollen mehr Wunder. Sie wollen mehr Brot. Am liebsten Jesus als Brotkönig, damit die Versorgung jeden Tag gesichert ist. Aber Jesus entkommt. Zunächst auf einen Berg in die Einsamkeit. Dann auf wunderbare Weise über den See. Wir haben letzten Sonntag davon gehört und wir hören hier noch die Nachwehen dieses Wunders. Was für ein Chaos das anrichtet und wie die Leute nach Jesus suchen. Die Leute sehen das einzige Boot, was da war, ist weg. Aber sie wissen, es sind nur die Jünger reingestiegen. Jesus war nicht dabei. Also, wo ist Jesus hin? Dann kommen noch mehr Leute nach auf der Suche nach Jesus. Die kommen auch mit Booten von Tiberias aus. Und die Leute, die jetzt hier sind, steigen in die Boote dazu und sagen, lasst uns nach Kafarnaum fahren. Da hat Jesus seine Basis mit seinen Jüngern. Da hat er sozusagen seine Basis aufgeschlagen. Also nichts wie hin nach Kafarnaum. Sie können es sich nicht erklären, aber tatsächlich finden sie Jesus dann dort. Und sie fragen ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Das tut jetzt nichts mehr zur Sache. Jesus kommt gleich auf den Punkt. Amen, ich versichere euch. Er sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Jesus sagt sinngemäß, ihr wollt von mir nur was zu essen. Ich will euch aber viel mehr geben. Das Brot, was ich euch gegessen habe, das war nur ein Zeichen, das war nur ein Symbol, das war nur ein Hinweis auf etwas viel Größeres, das ich euch geben will. Ein bisschen erkenne ich mich wieder in den Leuten und denke, wir Menschen sind so verdreht. Selbst unsere Suche nach Gott ist irgendwie verdreht und verkehrt. Selbst die ist nicht rein von Motiven und rein von Klarheit und Erkenntnis und Verständnis. Selbst unsere Sehnsucht und unsere Suche nach Gott ist irgendwie verdreht und verkehrt, weil wir einfach mal so sind von Natur aus. Wir suchen nicht mit klarem Denken und mit reinen Motiven. Und erstaunlich finde ich, Jesus hat ja jetzt schon mehrmals versucht, ihren falschen Erwartungen zu entkommen und sie kleben an ihm dran und jagen ihm nach. Und ganz erstaunlich finde ich, er ist nicht genervt von ihnen. Er ist nicht genervt. Er ist nicht wütend. Er spricht einfach mit ihnen. Er erklärt ihnen nochmal und nochmal, worum es geht. Und nochmal anders, weil sie es noch immer nicht verstanden haben. Er spricht mit ihnen, damit sie Klarheit bekommen über sich selbst. Sie erwarten eigentlich viel zu wenig. Sie wollen nur satt werden. Und eigentlich geht es um viel mehr. Und er spricht mit ihnen, damit sie Klarheit bekommen über die gute Nachricht, über ihn, wer er eigentlich ist, über Jesus Christus. Und ich finde, er bemüht sich wirklich um sie. Und er zeigt damit, wie Gott zu uns ist, denn Gott bemüht sich auch wirklich um uns. Gott tut genau das mit dir. Er bemüht sich um dich. Und wenn du es noch immer nicht verstanden hast und wenn du noch immer im Denken nicht ganz klar sortiert bist und wenn deine Sehnsüchte und deine Suche noch immer verdreht ist, Gott bemüht sich um dich. Und er ist nicht genervt und er ist nicht wütend. Er tut genau das, was Jesus hier tut mit dir. Er bemüht sich um dich, auch wenn du mit falschen Erwartungen kommst. Auch wenn du dich vielleicht mal enttäuscht von dem abwendest und sagst, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt, Gott. Vielen Dank. Er bemüht sich so sehr um dich, dass er sogar in die tiefste Finsternis deines Lebens mit dir zusammen hinabsteigt. Egal, wie tief du fällst. Du bist nicht allein. Gott steigt, und das zeigt uns Jesus, Gott steigt mit dir in die tiefste Tiefe, in deine Einsamkeit, in deinen Schmerz. Das ist Jesus am Kreuz. Da sehen wir das. Dass Gott in der tiefsten Tiefe mit uns ist. Dass Jesus mit uns ist. Was für ein Gott. Jesus kämpft darum, dass sie das verstehen. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Jeden Sonntagmorgen, wenn wir hierher fahren, fahren wir an einem Bäcker vorbei. Und jeden Sonntagmorgen ist da eine Riesenschlange. Und das jetzt noch nicht, weil das Brot knapp geworden wäre, sondern weil die Leute so ein Bedürfnis haben, sich etwas Gutes zu tun am Sonntagmorgen. Ich glaube, meine Batterien sind leer gegangen, oder? Nein? Gut. Okay. Thomas reguliert es nur. Gut. Weil die Leute das Bedürfnis haben, sich mit etwas Schönem und Gutem und Leckerem auszufüllen. Und da gibt es sonntagsmorgens eine Riesenschlange vor dem Bäcker. Leider nicht vor dem Gemeindehaus. Weil die Leute das, was sie suchen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise suchen. So wie die Menschen hier. Und dabei geht es in unserem Menschsein doch um mehr als Essen und Trinken und Genießen. Da ist doch noch ein ganz anderer Hunger und Durst in uns. Und darum geht es Jesus. Eine Sehnsucht nach Schönheit, eine Sehnsucht nach Heilung, ein Durst nach Gerechtigkeit und Freiheit, ein Hunger nach Leben. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt, sagt Jesus. Und mit Menschensohn meint er sich selbst. Er identifiziert sich damit mit jemand, von dem die Heiligen Schriften schon seit langem sprechen. Jemand, der von Gott geschickt wird. Jemand, der in Gottes Auftrag kommt und mit Gottes Vollmacht. Das Echtheitszertifikat zu seiner Zeit, zu dieser Zeit, war das Siegel. Wichtige Leute hatten einen Siegel, einen Siegelring oft, aber nicht immer als Ring. Und damit wurde dann eine Urkunde oder ein Dokument oder ein Brief mit Wachs betropft. Und dann wurde das Siegel reingedrückt als Zertifikat. Das ist wirklich von mir. Das ist echt. Jesus verwendet dieses Wort, dieser Brief. Dieses Dokument, das ist original, das ist von mir. Das sagt Jesus, das hat Gott mit mir gemacht. Er verwendet dieses Wort. Mich hat Gott, der Vater, als den Menschensohn, als seinen Gesandten besiegelt. Gott hat sein Siegel darauf gegeben. So heißt es hier wörtlich. Wie hat Gott das getan? Darauf hat Jesus schon hingewiesen. Durch die Wunder, die er nicht einfach tut, um auf eine wundersame Weise, weil es nicht anders geht, irgendwie zu helfen oder eine Not zu lindern oder was weiß ich. Sondern weil diese Wunder Zeichen sind auf das, was hier tatsächlich passiert. Hinweiszeichen. Und das wichtigste Zeichen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist und nicht irgendjemand, auch nicht nur ein großer Lehrer der Menschheit. Das wichtigste Zeichen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist, das steht hier noch bevor. Das ist seine Auferstehung von den Toten. Gott hat Jesus am dritten Tag von den Toten auferweckt. Und das ist das wichtigste Zeichen. Denn damit gibt Gott Brief und Siegel. Das ist der, um den es geht. Jesus. Das ist der Retter, den ich schicke. Das ist der Lehrer und der Weise, den ich euch gebe. Das ist der König. Und das ist der Richter. Das ist der, um den sich die ganze Geschichte dreht. Jesus spricht davon und er erwähnt Gott. Und das ist so ein bisschen in dieser Kultur so ein bisschen so ein Buzzword, so ein Stichwort, wo die Leute ganz häufig ganz ähnlich reagieren. Ja, man muss nur Gott sagen und schon läuft bei den Leuten so ein gewisser Film ab und sie reagieren auf eine ganz ähnliche Weise. Wir erleben das mehrmals, wenn Leute Jesus begegnen und häufig dieselbe Reaktion kommt. Sie fragen ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Das war einfach die Frage im Zusammenhang mit Gott, die in der Kultur in der Zeit tief verankert war. Nicht mehr die Frage, die in unserer Kultur tief verankert ist. Wenn die Leute Gott hören, dann stellen sie sich was ganz Persönliches darunter vor. Oder fragen, um welchen Gott geht es denn? Die Frage hier, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und die Frage lässt schon erkennen, sie denken an Religion. Was soll ich denn beten? Und wie oft? Welche Regeln muss ich beachten? Welche guten Taten muss ich tun? Und wann, und das ist eigentlich die brennende Frage, die dahinter steht, wann ist es denn eigentlich genug? Wann ist denn Gott mal zufrieden? Davon rede ich doch gerade, meint Jesus sinngemäß. Davon rede ich doch gerade. Gott verlangt nur das eine von euch. Ihr sollt den anerkennen, dem vertrauen, auf den hören, den er gesandt hat. Darum geht es. Wörtlich steht hier, ihr sollt an den glauben. Jesus sagt, glaubt mir, vertraut mir, hört auf mich, tut das, was ich sage. Darum geht es. Das ist alles, was Gott von euch verlangt. Und wie sie jetzt reagieren, da habe ich wirklich den Eindruck, dass es ihnen im Kern nicht um die Frage geht. Oh Gott ist groß, wie können wir Gott die Ehre geben, sondern dass es ihnen, dass es eigentlich nur so ein Stichwort war und das war so die Standardrückfrage. Eigentlich geht es ihnen die ganze Zeit nur um eins. Wir wollen was zu essen. Wir wollen Brot. Es geht ihnen wirklich nur ums Essen. Sie hören Jesus nicht mal richtig zu. Sie erwidern, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Und dann reden sie vom Volk Israel in der Wüste und wie Mose sie auf wunderbare Weise mit himmlischem Manna versorgt hat. Und so schnell sind sie wieder bei ihrem Lieblingsthema Brot. Übrigens, Brot. Egal, worüber du redest, Jesus. Übrigens, da fällt uns Brot ein. Jesus sagt, es war nicht Mose, der euch versorgt hat in der Wüste. Es war Gott. Und übrigens, Gott versorgt euch auch jetzt. Gott gibt euch jetzt das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot ist das, das vom Himmel herabsteigt und nicht nur zu einem Volk kommt, sondern der Welt das Leben gibt. Und es geht so weiter, sie verstehen immer nur Brot. Auch wenn es jetzt offensichtlich um ein ganz besonderes himmlisches Brot geht. Himmlisch, vegan, Vollkorn, extra proteinreich. Herr, gib uns immer von diesem Brot. Brötchenabo. Gab es bei uns ein paar Mal so Werbung. Ja, kann man samstags Brötchen abonnieren, kommen dann zur Haustür. Hat irgendwie nie funktioniert. Es gab drei, vier Mal Werbung, aber nie Brötchen. Ich weiß auch nicht. Ist egal. So ähnlich müssen die sich das vorstellen. Herr, gib uns immer von diesem Brot. Wir sind dabei. Und Jesus sagt, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wörtlich, wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Die gute Nachricht von Jesus Christus erfüllt deine größte Hoffnung und dein tiefstes Bedürfnis. Nicht durch das, was Gott dir gibt. Sondern durch das, wer er für dich ist. Es geht nicht um etwas, das wir von Gott bekommen können. Sei es durch gute Werke, sei es durch Gnade von Gott bekommen können. Es geht nicht darum, dass Gott uns etwas schenkt. Die gute Nachricht ist, Gott schenkt sich dir ganz persönlich. Wie tut er das? In Jesus von Nazareth. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Im Evangelium von Jesus Christus geht es nicht um eine Transaktion, sondern um eine Relation. Da geht es nicht um etwas, das ich bekomme, sondern um jemanden, der sich mir schenkt, den ich kennenlerne, den ich tiefer verstehe, dem ich glaube und auf den ich höre. Aber zur guten Nachricht gehört tatsächlich auch das, Gott beschenkt uns reichlich. Er hat uns unzählige Versprechen gegeben, wir finden sie in seinem Wort, wo er verspricht, was er uns alles schenken wird. Das gehört auch dazu. Gott gibt uns unendlich viele und unendliche große Geschenke. Wir finden die Versprechen in der Bibel und Gott erfüllt jedes einzelne davon. Jesus sagt zu den Leuten, Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, ewig leben. Und damit meint er, nicht nur satt werden für heute, nicht nur satt werden für morgen, nicht nur satt werden für nächste Woche, sondern erfüllt werden mit Leben von einer anderen, von einer höheren, von einer himmlischen Qualität, schon jetzt und hier. und über den Tod hinaus in Ewigkeit. Ewig leben, damit meint Jesus, bei Gott leben, mit Gott leben, denn er ist die Fülle des Lebens. Ich werde die, die das tun, am letzten Tag vom Tod auferwecken, sagt Jesus. Übrigens das atemberaubende Aussagen. Da steht ein Mensch, der Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth, der zugegeben ganz gut sich in der Heiligen Schrift auskennt und spricht zu anderen Menschen und sagt, jeder, der das glaubt, den werde ich am letzten Tag vom Tod auferwecken. Wir können uns, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen, wie mindestens drei Viertel der Leute bei dieser Aussage Bauchschmerzen bekommen. Was sagt er da? Naja, aber immerhin, ewiges Leben. Was könnte man sich mehr wünschen als ewiges Leben? Was ist ein größerer Wunsch überhaupt vorstellbar, als ewig zu leben? Und doch, sagt Jesus, ist auch das nur eine Nebenwirkung. Denn die gute Nachricht ist nicht, dass da irgendwo da draußen, ganz weit weg, ein Gott ist, der dir aus sicherer Entfernung, wie so eine Tante aus Amerika, regelmäßig schöne Geschenke und gute Geschenke zukommen lässt. So, oh, cool, wieder was gekriegt. Das ist eben nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass dieser Gott eben nicht mehr fern ist und weit weg und rätselhaft. Und wir wissen gar nicht, wie er aussieht. Wir wissen gar nicht, wie er tickt. Wir wissen überhaupt nicht, was er will. Die gute Nachricht ist, dass wir Gott kennenlernen können, weil er Jesus zu uns geschickt hat, seinen Bevollmächtigten, seinen Sohn. Damit wir durch Jesus Gott selbst als himmlischen Vater kennenlernen und mit ihm in Kontakt kommen. Also Gott schenkt uns nicht nur das Gute, er durchleidet mit uns auch das Böse. Jesus war vollkommen allein. Jesus war vollkommen verlassen von Gott und den Menschen am Kreuz. Warum? Damit du und ich, damit wir nie wieder vollkommen allein und von Gott verlassen sind. Auf dem Weg mit Jesus, an der Hand von Jesus, im Gehorsam gegenüber Jesus, öffnet sich dir das Leben. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Und auf eine Art und Weise, wie nur Gott selbst es dir öffnen kann. Was ist eigentlich das Problem mit Brot? Ich esse auch gern Brot. Meine Kinder würden fragen, warum dissen hier alle Brot? Die Leute wollen ja, dass Jesus sie immer mit Brot versorgt. Und das deutet auf ein Problem auf einer tieferen Ebene hin. Wir wünschen uns, dass uns etwas erfüllt, aber wir werden nicht erfüllt auf Dauer. Wir werden immer wieder hungrig. Egal, was wir wollen. Egal, wonach wir uns ausstrecken. Es reicht nie. Wir werden immer wieder hungrig. Es macht uns nie wirklich satt. Es stillt nie wirklich unseren Durst. Die Dinge, von denen wir so viel erwarten, die reichen nie aus. Die Beziehung, die du dir wünschst. Deine Sehnsucht geliebt und anerkannt. Gesehn und angenommen zu sein. Die wird auf Dauer deine Sehnsucht in dir nicht erfüllen. Die Arbeit und die anderen Dinge, mit denen du dein Leben schmückst, die wird dir auf Dauer nicht die Identität schenken, nach der du dich sehnst und nach der du suchst. Die Erholung und Ablenkung, nach der du dich sehnst, jetzt vielleicht gerade mit dem Urlaub im Blick. Die Erholung und Ablenkung, die du suchst, die wird deine Sehnsucht nicht auf Dauer stellen. Wir suchen immer wieder nach den falschen Dingen. Ich meine, jeder von uns braucht es zu essen, ist doch völlig klar. Jeder von uns sehnt sich danach, angenommen zu sein und braucht es auch. Jeder von uns braucht Urlaub. Gar nichts dagegen. Aber wir erwarten von diesen Dingen zu viel. Unsere Sehnsucht ist größer. Und wir versuchen sie immer wieder mit Dingen zu stillen und uns zu sättigen, wo das nicht funktioniert, weil es nicht die Antwort ist auf diese Sehnsucht und diesen Hunger und diesen Durst in uns. Ich erinnere mich an einen Freund aus der Grundschule und wir waren bei ihm zu Hause. Er ist an die Süßigkeitenkammer gegangen und an die Süßigkeitendose und ich natürlich hinterher. Und dann haben wir da Süßigkeiten rausgegessen und dann sagt er so, das war eigentlich gar nicht, was ich wollte. Eigentlich hatte ich Durst. Ich glaube, so geht es uns ganz schön oft. Wir gehen auf Dinge los und nach Dingen hinterher und dann merken wir, das war eigentlich nicht das, was wir gebraucht haben. Das war nicht das, was mich satt macht. Das war nicht das, was meinen Durst stillt. Und wir alle wissen das eigentlich, weil wir alle das schon erlebt haben, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Wir alle wissen das, weil wir das alle schon erlebt haben. Und trotzdem jagen wir immer wieder verschiedenen Broten hinterher. Und dabei bekommen wir das Beste und das Wichtigste und die einzige Antwort auf diese Sehnsucht in uns in der guten Nachricht geschenkt. Denn Jesus ist das Brot, damit wir in ihm das Leben finden. Wie komme ich dahin? Was muss ich tun? Vielleicht doch noch die Frage aktuell von den Leuten. Was müssen wir denn tun? Jesus sagt es den suchenden Leuten, glaubt meiner Botschaft. Glaubt meiner Botschaft. Glaubt mir, wer ich bin und wozu ich gekommen bin. Denn das ist im Kern die Botschaft. Im Kern ist die Botschaft von Jesus nicht eine tolle Ethik. Im Kern ist die Botschaft von Jesus, glaubt mir doch, wer ich bin und wozu ich gekommen bin. Tatjana Schnell von der Universität Innsbruck hat herausgefunden, ein Drittel der Menschen in verschiedenen europäischen Ländern hat kein besonderes Bedürfnis nach Sinn. Ein Drittel oder mehr als ein Drittel der Menschen hat für sich keinen Sinn in ihrem Leben gefunden, sieht keinen besonderen Sinn in ihrem Leben und sie stört es nicht mal. Sie nennt die Leute die Indifferenden. Sie suchen auch nicht danach. Mehr als ein Drittel unserer Mitmenschen. Ich würde jedem von diesen sagen, du solltest hungrig sein. Du solltest Durst haben. Du solltest fragen. Du solltest suchen. Denn es gibt mehr als Brot und Arbeit und Urlaub und was weiß ich. Es gibt mehr. Und Jesus ist die Tür dazu. Was bedeutet das Leben, für das Jesus sich uns gibt, für das er das Brot isst? Was bedeutet das Leben? Dieses Leben ist eine Liebe, die du dir nicht verdienen musst. Eine Liebe zu dir, die nicht von deinen Qualitäten hervorgerufen oder geweckt wird, sondern die motiviert ist von der Qualität Gottes, weil Gott ist, wie er ist. Nicht, weil du bist, wie du bist, sondern weil Gott ist, wie er ist. Vom Herzen Gottes. Was bedeutet Leben noch, wie Jesus es hier meint? Es ist eine Identität, die du nicht selbst schaffen musst oder in der Tiefe deines Innern entdecken. Es ist eine Identität, wer du bist, die du nicht selbst schaffen oder entdecken musst und die du dann auch nicht ängstlich verteidigen musst gegen Übergriffe von anderen, sondern es ist eine Identität, die Gott dir schenkt, weil Gott dich geschaffen hat und gesehen hat und liebt. Es ist eine Qualität von Leben, die tiefer geht als das Schönste, was wir uns an irdischem Leben überhaupt vorstellen können und es ist eine Qualität von Leben, die nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Ob die Straße gerade ist, ob der Wind in den Rücken bläst und mich nach vorne trägt. Eine Qualität von Leben, die nicht von den äußeren Umständen abhängig ist. Weil sie dir geschenkt wird durch Gottes Anwesenheit, durch Gottes Präsenz bei dir, mit dir, in dir. Und es ist eine Hoffnung, dieses Leben. Es ist eine Hoffnung, die niemals zerbricht. Es ist eine Lebenskraft, die sogar den Tod überwindet. Denn in der Person von Jesus gibt Gott dir nicht etwas, sondern Gott gibt dir sich selbst. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns diese Worte gibst und ich danke dir, dass ich deine unendliche Geduld mit mir wiedererkenne, in der Geduld, die du mit den Leuten hast. Sie verstehen und hören immer nur das, was sie von dir verstehen und hören wollen. Aber du bemühst dich wirklich. Du erklärst und erklärst. Du sprichst auf unterschiedliche Arten und Weisen, um ihnen zu erklären, worum es wirklich geht. Danke, dass du so geduldig mit uns bist. Danke, dass du so geduldig mit mir bist. Danke, dass du mit unseren Verirrungen und mit unseren falschen Zielen und Motivationen so geduldig umgehst. Und ich danke dir aber auch, dass du dich nicht vor unseren Karren spannen lässt. Du bist gotttreu. Du bist gekommen, um uns das Leben zu geben. Dich selbst als das Brot des Lebens. Und ich preise dich für jeden und für jeden von uns, die das erlebt hat. Und doch tappen wir immer wieder in die Falle, dass wir anderen Dingen nachjagen und von anderen Dingen und Beziehungen und Situationen und Erfolgen so viel erwarten. Immer wieder projizieren wir unsere Sehnsucht auf anderes. Vergib uns unsere Schuld, Jesus. Und danke, dass du uns unseren Hungern sättigst und unseren Durst stillen willst. Und wir beten auch für die Menschen in unserem ganz privaten Umfeld, die dich noch nicht kennen. Vielleicht gehören sie zu diesen Gleichgültigen, die keinen Sinn in ihrem Leben bisher sehen, aber die das überhaupt nicht kümmert. Weil sie mit ihrem Alltag, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Urlaub völlig Beschäftigten zufrieden sind. Bitte dich, Jesus, dass du ihre Ruhe, ihre falsche Ruhe störst. Ich bitte dich, dass du eine gesunde Unzufriedenheit in ihnen wächst, dass du einen Hunger in ihnen aufkommen lässt und einen Durst. Denn in ihnen fehlt das, was sie am meisten brauchen. Und wo du uns dazu gebrauchen willst, da mach uns aufmerksam für deine Führung. Und wir bitten dich für uns als Gemeinde, gerade auch mit neuer Gemeindeleitung, wir bitten dich, dass wir das erleben, dass hier ein Ort wird, ein Restaurant, wo die Leute nicht nur mit Kaffee und Kuchen hier nach dem Gottesdienst gesättigt werden, sondern wo sie in dir das Brot des Lebens finden. Wo wir erleben, dass Menschen in dir finden, was ihre tiefste Sehnsucht stillt. und wie du ihr Leben veränderst. Wir beten auch für diese Welt, in der so vieles im Argen liegt und wir bitten dich, dass du als Brot der Welt dort hineinkommst. Als der, der Not stillt, als der, der Hoffnung macht, als der, der Licht im Dunkel ist, als der, der Liebe gegen Hass gewinnen lässt. Wir bitten dich um deine Hilfe und wir bitten dich für alle, die selber als Helfer unterwegs sind, von unserem Bund, von unserer Auslandshilfe, von unserer Allianz-Mission und von allen Organisationen, gerade in der Ukraine, aber auch in anderen Ländern dieser Welt, dass du sie beschützt und segnest und für das Gute gebrauchst. Danke, dass du bist, wer du bist. Amen. Amen. Amen.